Musik Oh, wer kommt denn? Hallo Sarah! Hallo! Hallo Sarah! Nicole, hast du auch den Prospekt vom Schönheitssalon bekommen? Äh, nein. Da gibt es so ein spezielles Aktionsangebot, schau mal. Ein Wellness-Komplettpaket zum Sonderpreis. Sollen wir uns nicht mal sowas gönnen? Hm, gute Idee. Ich spreche mal kurz mit Michael. Hallo! Hallo Sarah! Michael, Sarah und ich möchten uns gerne einen Beauty-Nachmittag gönnen. Könntest du vielleicht so lange auf die Kinder aufpassen? Aha, klar, mach ich. Prima! Also, ich gehe nochmal schnell nach Hause. Treffen wir uns in 10 Minuten? Okay, bis gleich. Mama, wo gehst du hin? Ich gehe mit Sarah in den Schönheitssalon. Dürfen wir mitkommen? Das geht nicht. Aber Papa ist für euch da. Ja, Papa! Spielst du mit uns? Ich muss noch kurz etwas arbeiten, dann spiele ich mit euch. Hier ist es. Guten Tag! Hallo, was kann ich für Sie tun? Wir hätten gerne das Wellness-Angebot. Sehr gerne. Das ist ein super Angebot zu einem tollen Preis. Bitte kommen Sie mit. Das ist meine Kollegin, Jasmina. Hallo! Bitte nehmen Sie Platz. Machen Sie es sich bequem. Wir beginnen mit einer Gesichtsreinigung. Jetzt bekommen Sie eine Gesichtsmaske mit Gurke. Das frischt die Haut deutlich auf und Sie werden danach bestimmt 10 Jahre jünger aussehen. So, die Maske habe ich bereits vorbereitet. Jetzt tragen wir sie auf und dann kommen die Gurkenscheiben auf die Augen. Ah, ja, das ist schon sehr entspannend. Wunderbar. Das lassen wir jetzt einige Minuten einwirken. So, die Maske wird nun abgespült. Wie fühlen Sie sich? Ja, gut. Sehr entspannt. Wunderbar. Dann machen wir jetzt gleich weiter mit den Haaren. Auch die bekommen heute eine besondere Pflege. Lehnen Sie sich zurück. Ich wasche die Haare zuerst. So, gut abtrocknen. Ich mache Ihnen eine Pflegespülung ins Haar. Das verleiht Ihnen besonderen Glanz und Fülle. Wir machen Sie heute besonders hübsch. Aha, okay. Sie haben wunderbare Haare. Da können wir einiges draus machen. Ja, Sie werden sehen, das wird ganz toll. Ja, ich bin gespannt. So, für die Frisur und das Make-up gehen wir jetzt gleich rüber an den anderen Spiegel. Jetzt kommt das Make-up. Wunderbar, das sieht wirklich toll aus. Was meinen Sie? Okay. Ja, ich sehe ganz anders aus. Ja, es fehlt noch etwas. Wir sollten hier noch eine Rose ins Haar stecken. Und noch etwas Modeschmuck dazu. Das ist ein Glitzer-Haarspray. Sie werden begeistert sein. Das sieht wirklich ganz, ganz schick aus. Sie brauchen noch etwas mehr Rouge im Gesicht. Die Wangen müssen wir noch etwas mehr hervorheben. So, fertig. Was sagen Sie? Ja, außergewöhnlich, Sarah. Ich bin gespannt, was unsere Familie dazu sagt. Ja, du bist ja auch komplett umgestylt. Vielen Dank für Ihren Besuch. Einen schönen Tag. Danke ebenfalls. Tschüss. Also, ich weiß nicht, Sarah. Ich fühle mich schon ein bisschen komisch. Ja, ich weiß nicht. Das sieht schon nicht schlecht aus. Aber ich war nicht mal an meiner Hochzeit so gestylt. Mama, bei dir glitzert da etwas auf dem Kopf. Ja, wie findest du das? Lustig, du glitzerst wie ein Weihnachtsbaum. Mama kommt wieder. Hallo. Und, was meint ihr? Du siehst jetzt aber komisch aus. Bleibt das so? Nein, also ganz ehrlich. Für ein besonderes Fest wäre es ja okay. Aber für den Alltag gefällt es mir auch nicht wirklich. Setz dich mal auf den Sessel, Mama. Wir können das viel besser. Mama, so gefällt es uns immer noch am besten. Wir hoffen, euch hat unser kleines Umstyling gefallen. Gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und hier sind andere Videos von uns zum Anklicken und direkt weiterschauen. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.